Willkommen meine lieben Jörger, es ist einer Spaß, hey Leute, KennyRushing wieder mal am Start hier mit dem feißen Bastard Danny, na ihr Lieben, scheiß Tuttlefaker, hat's maus, ja, also Leute, wir sind jetzt hier, in dem schönen Schafling, in zur Dreckskaffe, ja, jetzt geht's zum Unimarkt, es geht zum Unimarkt, ja, es geht zum Unimarkt, Leute, da werden wir nochmal ganz gut wichsen, wie hier, so, ne, ne, wir müssen noch ein bisschen Verpflegung kaufen, nein, nein, lass dich scheiß kommen, ne, wir werden hier noch so ein bisschen Verpflegung kaufen, Energies und, so weiter und so fort, wir sehen uns dann im Unimarkt, bis dann Leute, psiu, Leute, wir sind hier gerade beim Unimarkt, hier seht ihr es, Unimarkt, jo, wir werden jetzt reingehen und werden da drin filmen, Ja, okay, an der Hidden Camera, was? 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 Persekte Kamala, na, wenn sie macht, okay, nur, wenn sie nach oben, okay, Leute, wir sind hier jetzt im Unimarkt, du Wichser, Fick dich, ey, sorry. Du wirst in der Frau, kein Arsch, danke. Wie ist das Feinstes? Braucht ihr etwas? 1,30. Wir haben jetzt nicht so viel Geld mit Verbänden oder so, Energies kaufen oder sowas. Ah, hier, komm, schau mal, da. Ja, leider. 3,80. Nein. Oder? Was machst du? Nehmen wir Manns da mit. Äh, das war dann die 2,60. Nein, das war, äh, 80. Ja, das war 80 Manns da. Oder, warte, komm, schau mal. Oh, ich lebe meine Haare, meine Haare aus. Oh, Leute, was sagt ihr dazu? Ich hoffe, es gefällt euch, wenn es euch gefällt, dann trage ich es auch öfters. Yeah! Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo. Ich kenne mich sogar ein Koffer. Sorry, dass man gerade so spiegelt. Wir kochen uns, wenn es ein Bravo-Lieger hat. Nicht passt. Wir sind keine Perverslinge. Du bist ein Perversling. Ja, richtig. Snickers Eis, yes. Haben wir uns heute gekauft. Wird richtig geil. Kauft euch Snickers Eis. Und wisst ihr, wer noch Snickers Eis erlebt? Bier. Danny Bernitsch. Ja. Das kann man nur noch, ja. Wie Danny Justin oder Danny Bernitsch. Oh mein Gott. Und das Video wird halt... Schaut einfach mal zum Beispiel über Danny Bernitsch. Oder halt Danny Justin. Wir werden wahrscheinlich Danny Justin halt... Verlinken wir. Werden wir verlinken Danny Justin oder Bernitsch? Achso Justin, weil da lebt er jetzt tatsächlich wieder hoch. Ja. Ja okay, wir werden... Wir verlinken dann... Es gibt einen Drugs-Energy-Sticker. Wieviel kosten die? Einen Euro. Kaufen wir uns. Egal. Kaufen wir uns. Also Leute. Wie gesagt. Wir werden Danny Justin unten in der Videobesorgung verlinken. Und schaut auf seinen Kanal vorbei. Lass ein Abo da. Auch wenn wir ihn zwar nicht persönlich kennen, aber... Wir kennen halt seine Videos und der ist ein richtig nicer Boy. Ich glaub die meisten Zuschauer kennen ihn hier. Das ist ja auch sehr cool-bleberstand.